Das rotliegend, aber fachlich nicht empfohlen oder untere Duas ist eine Gesteinseinheit bzw. eine Einheit der Lithostratigraphie im hierarchischen Rang einer Gruppe und der untere Abschnitt der mittel- und westeuropäischen Duas. Die Duas war eine alternative Bezeichnung des Perm Systems, die sich international nicht durchsetzen konnte. In der heutigen wissenschaftlichen Auffassung ist rotliegend kein Zeitintervall mehr, sondern lediglich eine rein durch lithologische Merkmale definierte Gesteinseinheit. Das rotliegend entspricht überwiegend den internationalen chronostratigraphischen Serien des Unter- und Mittelperm. Ober- und Untergrenze sind Diachronen, lokal reicht die Basis aber weit in das Oberkarbern hinein, die Obergrenze reicht z.t. deutlich in das Oberpirm hinein. Geschichte und Namensgebung Das rotliegend verdankt seinen Namen den vielfach auffällig rot gefärbten Gesteinen, aus denen die Gesteinseinheit aufgebaut ist. Rotliegend ist ein alter Bergmannsausdruck aus dem Mannsfelder Land und bezeichnet die roten, unter dem nutzbaren Kupferschiefer lagernden Gesteine. Da dieses taube Gestein im Liegenden des Kupferschiefers zu finden war, wurde es ursprünglich als rotes Totesliegendes bezeichnet. Die Rotfäbung dieser Sandsteinschichten wird durch fein verteilte Hämatitschüppchen verursacht und verweist auf die Ablagerung im heißen Klima. Definition und Typregion Die Untergrenze des Rotliegend ist bisher noch nicht abschließend definiert worden. Sie ist stark diachron. Im Becken von Dölen an der Basis der Unkersdorf-Formation und in Norddeutschland meist an die Basis der Vulkanit-Komplexe gelegt. Die Obergrenze ist dagegen fast überall gut definiert und quasi isokon. Es ist die Basis des unteren Veratons. Die Gesteinseinheit Rotliegend beinhaltet terrestrische, Fluviateil, Lacostrine, eolische und vulkanogene Sedimente. Von groben Konglomeraten und Brexien über Sandsteine bis zu feinkörnigen Tonen, Evaporiten und Korken. Lokal sind mächtige magmatische Gesteine eingeschaltet. Die Gesteine des Rotliegend sind, bedingt durch die wüstenhaften Bedingungen des Ablagerungsgebietes überwiegend rot gefärbt. Das Rotliegend erreicht lokal Mächtigkeiten bis über 3000 Meter, Typregion ist Mittel- und Westeuropa. Entsprechend der Unsicherheit der Untergrenze beginnt das Rotliegend regional wahrscheinlich bereits im GZ Helium, der obersten chronostratigraphischen Stufe des internationalen Oberkarbon und reicht bis in das untere Wuchjapingium, der unteren chronostratigraphischen Stufe des internationalen Oberperm. In absoluten Zahlen ausgedrückt umfasst das Rotliegend einen Zeitraum von wahrscheinlich über 45 Millionen Jahren, von etwa 302 bis 257 Millionen Jahren. Untergliederung des Rotliegend Traditionell wurde das Rotliegend in das Unterrotliegend und in das Oberrotliegend unterteilt. In den Anfangszeiten der Lithostratigraphie des Rotliegend wurde regional auch noch ein Mittelrotliegend unterschieden, das später in das Unterrotliegend mit anbezogen wurde. Das Unterrotliegend ist durch gemischte Schichten definiert. D.H. Die Schichten wechseln Lagern mit grauen, roten oder vulkanischen Ablagerungen. Das Oberrotliegend umfasst dagegen nur Rotsedimente, die oft mit grobklastischen Schüttungen beginnen. Stille interpretierte diese Schüttungen als Resultat tektonischer Bewegungen und definierte zwischen Unter- und Oberrotliegend eine orogenetische Phase, die sogenannte saalische Phase. Allerdings ist eine Korrelation dieser saalischen Phase zwischen den einzelnen Teilbecken nicht möglich. In der stratigraphischen Karte von Deutschland wurde daher auf eine Untergliederung des Rotliegend in Unter- und Oberrotliegend verzichtet, Da eine lithostratigraphische Untergliederung in Unter- und Oberrotliegend schwierig ist, haben Haubold und M.Katzung versucht, Unter- und Oberrotliegend durch die meist als Synonyme gebrauchten Begriffe Autonium und Saxonium zu ersetzen und diese biostratigraphisch zu definieren. Die Definition der jeweiligen Grenzen ist äußerst problematisch. Autonium und Saxonium sind als chronostratigraphische Einheiten unbrauchbar. Manningerl raten vom weiteren Gebrauch dieser Begriffe ab. Das Rotliegend wurde in Deutschland in einer ganzen Reihe voneinander getrennter Becken abgelagert, die daher jeweils ihre eigene Sedimentationsgeschichte haben. Entsprechend lassen sich die Sedimente der einzelnen Becken lithostratigraphisch nicht oder nur schwer korrelieren, deshalb wurden für jedes Teilbecken separate Formationen ausgeschieden. Die Formationen werden von manchen Autoren auch zu einigen Subgruppen zusammengefasst. Wittlicher Senke, Ötzig-Formation, Kinderbäuern-Formation und Altrich-Formation, Wetterau, Lindheim-Formation, Altenstadt-Formation, Düdelsheim-Formation, Schöneck-Formation, Bleichenbach-Formation, Rodenbach-Formation, Alten-Mittlau-Formation, Glauburg-Formation, Kornberg-Formation, Ostrand des Rheinischen Schiefergebirges, Badenberg-Formation, Thüringer Wald, Basale Sedimente, Georgenthal-Formation, Möhrenbach-Formation, Ilmenau-Formation, Mannebach-Formation, Goldlauter-Formation, Oberhof-Formation, Rotterode-Formation, Tambach-Formation, Elgersburg-Formation, Eisenach-Formation, Neuenhof-Formation, Stockheimer Becken, Stockheim-Formation, Föhritz-Formation, Reitsch-Formation, Mühlhäuser-Becken, Mühlhausen-Formation, Kirchheilingen-Formation, Alten-Gottern-Formation, Unst-Ruth-Becken, drei bisher nur informell benannte lithostrategraphische Einheiten, Rudolsteter-Becken, drei bisher nur informell benannte lithostrategraphische Einheiten, Greer-Becken, Kretsch-Schwitz-Formation, Gera-Formation, nordöstliches Saale-Becken, Halle-Formation, Hornburg-Formation, Eisleben-Formation, Lechtinger-Scholle, Süblingen-Formation, Roxförde-Formation, Winkelstedt-Formation, Udmöden-Formation, Bebertal-Formation, Vörberg-Formation, Dölener-Becken und Briesnitz-Becken, Unkersdorf-Formation, Dölen-Formation, Niederhäslich-Formation, Barnewitz-Formation, Nordwestsächsisches-Becken, Kuren-Formation, Rochlitz-Formation, Oschatz-Formation, Wurzen-Formation, Chemnitz-Becken, Kertensdorf-Formation, Planitz-Formation, Leukasdorf-Formation, Mülsen-Formation, Weißig-Becken, Hutberg-Formation, Napoleon-Stein-Formation, Norddeutscher Teil des südlichen Perm-Beckens, Elbe-Subgruppe, Permokarbon-Becken in Baden-Württemberg, Schriesheim-Formation, Lichtental-Formation, Geisberg-Formation, Michelbach-Formation, Rehberg-Formation, Schramberg-Formation, Ibenbach-Sedimente, Weitenau-Formation, Eiffelder-Becken am Südrand des Harzes, Fuchsburg-Formation, Netzkater-Formation, Neustadt-Formation, Sülzheim-Formation, Werner-Formation und Weikenried-Formation, Meisdorfer-Becken am Nordostrand des Harzes, Wolfstahl-Formation, Triftbach-Formation, Ballenstedt-Formation, Kirchberg-Formation, Endorf-Formation und Eisleben-Formation, Weidenau-Becken in Nordostbayern, Bechtsritt-Formation, Schadenreuth-Formation, Weiden-Formation, Tiefenbach-Formation, Fossilien, Fossilien aus dem Rotliegen kennt man vor allem aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Berühmt sind die Tierpferden von Nielstein, die Saurier von Odernheim und Jeckenbach, die Urreptilien vom Fundort Bromacker bei Tarnbach, die Tarts sowie der versteinerte Wald von Chemnitz. VRVVVVVVVVV. Vielen Dank.